So. Willkommen zurück zu Cry of Fear. Ich bin gar nicht sicher, ob ich hier richtig stehe, aber wir starten jetzt einfach von hier, weil ursprünglich komme ich natürlich von da, von hier, vom Speichern. Wir wollten ja auf den 4th Floor. Irgendwie 4. Stock. Den Schlüssel hatten wir schon, ne? Naja. Oh. So. Ich krieg das Kotzen, ne? Wenn ich schon darüber nachdenke, dass ich da hin muss. Ich wollte nur mal gucken, wie viel Spritzen wir noch haben. Eine. Eine ist nicht viel. Äh, so. So. So war das, ja. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Oh, das kann doch hier eine Scootet heißen. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das? Warte, schon mal. Schon mal jemand so weit gesehen? Also, falls ja, dann bitte mal in die Kommentare damit. Würde mich ja jetzt schon mal interessieren. So, wir wollten... Achso, warte. So, 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 ne? Ich könnte mal schon wieder in die Hose scheißen. Aber, äh, das lassen wir heute mal. Da war so viel Wäsche beim letzten Mal und das ist echt ein bisschen schwierig. Ähm, was ich noch sagen wollte. Ihr habt ja bestimmt festgestellt, dass die ersten beiden Videos keinen In-Game-Sound hatten. Und, äh, ja, OBS hat halt einfach nicht aufgenommen. Weil ich ein Update gemacht habe und jetzt im Nachgang festgestellt habe, dass durch das Update mein, meine In-Game-Sound-Ausgabe quasi aus war. Ja, da war kein Gerät, da war kein, äh, Gerät voreingestellt. Deswegen hatten wir keinen In-Game-Sound. Naja, wie dem auch sei, gemeinsam in die Buchse ballern. Geht in die dritte Runde. Ah, Alter, was seid ihr denn? Leck mich am Arsch. Warte mal, das ist blöd. Hier muss heute ganz andere drin. Stopp. Jetzt muss ich euch nochmal quälen hier mit Tastaturbelegung. Äh. Hier muss nachladen hin. Hier. Hier. Also, Reload. Das muss auf Mouse-Key 4. Hier muss... Hallo? Achso, Edit. So. Und hier muss... Das hin. Ha, ich hab nichts zum Nachladen. Das ist ja super. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was diese bedrohliche Musik hier soll, aber... Das kann wieder nichts gut verheißen. Meine geheime Notiz Nummer 3. Also, weil ich ein paar Kinder umbringen muss, habe ich den Lift in der Halle festgesetzt. Nur das Personal mit einem Geheimcode hat Zugriff. Ich schätze, kein Kind wird's herausfinden. Die werden einfach die Stufen nehmen. Das ist ein bisschen cringy, ne? Also, wirklich. Komplett neben der Spur hier. Äh, wartet mal. Ich muss hier so viel... ...neu einstellen. So. 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 Wie ist es jetzt? Der In-Game-Sound ist wirklich laut. Äh, was? Äh. 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 Hier schon wieder. Und gleich nach oben weg. Nee, ich soll ja in die vierte Etage. Oh, das wird ja mal... Oh! Oh, Mann, ey! Fuck! Oh! Let go, Mio! Oh! Warum lädt er denn nicht nach? Erkennt er die Taste nicht? Warte mal. Ey, es tut mir leid, ne? Also... Aber dann müsst ihr jetzt durch. Muss ja auch durch. Ja. Oder musste hier... Zip... Nö. Keine Ahnung. Keine Ahn... Hey, komm ich doch gar nicht rein. Das ist ja ne Verarsche. Jetzt kann ich hier wieder runterstiefeln. Ihr wolltet echt wissen, ne? Oh Gott, ey. Nee, ey. Achso, kann er vielleicht zweihändig einfach nicht nachladen. Also einhändig. Oh, Mann. Ja, na super. Oh, verdammt. Das Spiel spielt echt... mit meinen Gefühlen. Aber was hat das Sofa geleuchtet? Was soll das hier alles? Äh... Ich geh jetzt einfach weiter. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Weg hier. Herbe. Ich speichere mal hier auf. Aber warum... Jetzt bin ich ja wieder hier. Das macht wenig Sinn, ne? Merkt ihr das auch? Hä? Warum ist denn jetzt hier Licht... Licht aus? Oder war da schon die ganze Zeit Licht aus? Das geht doch nicht auf hier. Okay, ich bin... Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Das, äh... Das ist nur eine Zauberei oder so. Der Fahrstuhl. Oh, fuck. Ja, drei Kinder spielen im Park, tralala. Der Fahrstuhl war's. Ich muss den ollen Fahrstuhl... wieder in Gang setzen. Aber... Ja, aber wo steckt er denn fest jetzt? Hier zwischen. Ach, da, guck mal. Äh. Alter, was steht denn da? Okay. Eins, zwei, drei, vier... Das dachte ich nicht. Oh! Das ist bescheuert. Okay. Das ist was. So, also wir brauchen hier... äh... ein Passwort. Warte mal. Nein. Oh, ich drücke immer die falschen Tasten hier. Meine Fresse. Also müssen wir bestimmt noch ganz... Hm, hab's ja erahnt. Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Oh, da liegt dort. Yeah. Ein Spritzchen. Oh. Speichern kann man auch. Ich überspeichere trotzdem nochmal das. Oh! Fuck you, Alter. Mann! Ich sag's euch, ich besser nur wusste. Irgendwann werde ich hier sitzen und hab voll ein Genest. Äh. Warum? Ich bin völlig überfordert. So, nachladen. Ich bin halt auch nicht sicher, ob's jetzt clever wäre, einfach nur... Oh, Gott sei Dank, das sieht scheiße aus. Einfach nur... ein Messer zu nehmen. Ich weiß es nicht. Ich spreche hier lieber nochmal. Alter Schwede. Das passt mal fertig. Das ist völlig... Das läuft ja völlig aus dem Ruder. Diese dreckigen Gerne. Vier Schuss hab ich jetzt verballert. Äh. Oh, shit. Oh, shit. Vierte Etage, wa? Warum liegt hier in der Badewanne? Das ist ja völlig absurd. Also, wir spielen jetzt zwölf Minuten. Ich bin völlig am Ende. Ich hab so gefühlt schon... ...den vierten internen Herzinfarkt gehabt. Mhm. 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 Ich hab kein Hotkey für mein Mikro zum Ausschalten. Deswegen werdet ihr immer, wenn ich was trinke oder so... ...so ein Klickgeräusch hören. Und ich werd das alle hier... ...die ganze Sabelei schön in der Aufnahme lassen. Eigentlich mach ich das ja nur, weil ich die Spannung nicht ertrage. Das ist... Was ist das? Hä? War ein Lichtschalter? Oh, oh, oh. Geheime Notiz Nummer vier. Das letzte war echt gut. Ein Genuss umzubringen. Leicht mit einem Messer zu schneiden. Wie Essen. Das ist so krank. Ich werd das gar nicht vorlesen. Pervers. Hier drin. Da... Nö. Aber nicht hier, wo das Blu... ...wo das ganze Blut ist. Das kannst du dir abschmatzen. Du glaubst ja nicht wirklich, dass ich da reingehe. Ich frag mich... Ist jetzt das Magazin komplett weg? Ja. Das ist scheiße. Also ich hab jetzt richtig schön Schuss verschwendet. Ich werd jetzt nicht nochmal neu laden, das hab ich mir selber zuzuschreiben. Super. Also nicht nachladen, bevor die Dinger nicht wirklich alle sind. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hm. Das war natürlich das Wichtigste, dass der Schlüssel da liegt. Nicht, dass hier eine Leiche in der Badewanne ist. Tja. Ich muss jetzt raus hier, ne? Ob ich will oder nicht? Ey. Nein, ich hab nicht gespeichert. Du kranker Hund. Du willst doch nicht da runterklettern. Alter, was bist du denn? Oh, du Scheiße, ey. Was? Oh. Und ein Rope. Gut. Gut, 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 gut. Aber, äh. Ach so. Ah, alles klar. Da hat jemand von außen abgeschlossen. Oh, ich muss mich unbedingt heilen. So. Jetzt ist die Frage, ob ich nachlade. Das ist jetzt die Frage. Ich lad nicht nach. Oder lade ich nach? Ne, ich lad nicht nach. Speichern. Ei, ei, ei. Also, das ist ja hammerhart hier. Irgendwie... Ach so. Hier, alles mit Jus. Da, Jus. Du hast ein Seil platziert. Klettern wir haltet direkt irgendwann runter. Welche Etage sind wir denn jetzt? Drei. Wieso ist hier ein Gitter? Ne, das war da vorher auch nicht da. Alter, Vater. Aber was ich immer noch nicht verstehe, ne? Aber was ich immer noch nicht verstehe, ne? Hm. Hoch. Hoch. Ja, keine Ahnung. Dann lassen wir das so, wie das ist. Schlechte Idee. Na gut, die Notiz kannten wir ja. So. Dann, äh, 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 hier. Oh man. Oh man, du dreckige Viech. Ich bin hier trocken. Die Jungen sind die abartig. Oh man. Oh man. Ich pack' es nicht. Alter Scheiße. Okay, weiter geht's. Drei Schuss noch. Die reichen aber nicht für eine von denen. Wie schnell wechselt der an mir? Zack. Nochmal gucken. Mal gucken. Ich glaube, mit nem Messer pack' ich die nicht. Äh, jetzt muss ich bestimmt auf die 2, damit ich dann... ...im Keller komme. Hä? Hä? Alter, das ist doch gar nicht rein, ja? Oh fuck, 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 fuck. Fuck. Alter, fuck. Fuck. Warte mal nach. ... ... ... ... ... ... Was ist denn hier jetzt alles zu? Hier gibt es doch... Ach doch, hier haben wir die Waffe gekriegt, ne? Man, dann ist doch hier 100% wieder so eine Stelze drin. Nennen wir die Stelze. Aber wo wird Stelze sein? Hier? Hier? Keine Stelze. Hier? Keine Stelze. Keine Stelze. Boah, Stelze, Junge. Die ist reudig. Ne, finde ich wirklich reudig. Ganz abartig die Schöpf. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Entwickler. Das kickt mich. Aber wenn ich nicht schlafen kann, Freunde, dann steht bei euch. Auf der Matte. Wasser. Wieso rauscht hier Wasser? Was steht denn da jetzt an? Ach, das ist doch ein Hammer-Typ. Den kriegen wir so. Äh, so. Äh, so. So hoch. Boah. Alter, das ist täglich. Die sind die laufen. Da könnte ich mich... Ich bin fast tot gewesen. Das ist doch nicht so. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Keine Spritze mehr. Wieso ist denn jetzt hier überall Wasser? Was ist das? Hm. Da. Da kommt doch was hoch. hey. 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 Aber wie komme ich jetzt in den Keller? Also wir haben folgendes Problem, wenn jetzt so eine Stelze kommt, dann gehen wir vor der Hunde, ne? Oh, zwei, ey, Mann, das war so klein. Was ist denn Schaden, Mann? Wir brauchen auf jeden Fall Munition und Medizin. Und hier ist weder das eine noch das andere. Oh, Mann, ey. Wer baut sowas? Wer baut sowas? Ich werde das nie verstehen. Oh, das wäre richtig geil, wenn wir mal... Guck mal, da ist Freiheit. Ich würde die Bretter da abreißen, das kannst du wissen, die Tür einlatschen, alles. Hauptsache weg da. Oh, na. Schön, dass wir speichern können. Das bringt uns ja... Nix. 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 Gar nix. Falsche... Falsche Tür. Es ist lockt. Es ist lockt. Es ist lockt vom anderen Seite. Nein. Mann, ey, das ich immer... Es ist so ungewohnt, dass du mit Tab wieder rauskommst. Wenn du reingehst, gleich mit Tab wieder raus. Anstatt... Escape. Hm. Hab so das Gefühl, ich sammle das jetzt und brauche sofort. Ich will dann erstmal nachher. Guck mal, so ein bisschen... Leuchtet ja die Taschenlampe, ne? Aber... Das reicht halt nicht, weil die nur nach unten strahlt. So. Das Spiel ist mein Verderben. Ich hab hier... Ich hab hier jede Sekunde... Jede Sekunde... Geht's mir hier nicht gut. Oh, wer bist du denn? Was? 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 Alter... Zu viel. Oder ist zu viel? Ähm... Nee? Es ist eindeutig zu viel. Wie... Wie soll das gehen? auf gar keinen fall naja ich habe es versprochen also muss ich es durchziehen wir sehen uns aber in der nächsten folge von cry of 4 und dann stellen wir uns mal hier was auch immer das sein soll auf jeden fall hat es uns dazu gebracht dass wir uns selbst erschossen haben keine ahnung also dann bis zum nächsten mal